Spitz-Jahr-Attacke Haha Spitz-Jahr-Attacke 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 Das war's für heute. Komm, triff. Komm, triff. Komm, triff. Ich dachte erst, als ich das zu gelesen habe, das wäre jetzt so eine, die halt sagt, die Serie wäre zu gewalttätig. Das war's für heute. Also irgendwie sind die hier noch immer mit am besten. Weil wir einen Punkt erreicht haben, wo wir immer alles anmachen können. Fanart! Das ist tatsächlich Item-Drop-Rate. Okay. Danach ist schon Staffelfinale, ne? Ja, Staffelfinale. Aber dann guck ich noch, was ich mir holen kann. Metall und das. Äh, das dürfte eigentlich machbar sein. Ein bisschen recyceln. Metall. Metall. Aber das, was ich brauchte. Ähm, wo ist es? Alien Cardboard. Na, das wird schwierig. Okay. 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 jb Number zwei. obsessed Ich glaube, jetzt bin ich ganz bereit. Aber das ist das Burgmark. Here we go, leider wissen Sie. Wie geht man in der Folge. Hier fällt sich drei qué coaches, Die gehen einfach zur Seite, ne? Die gehen einfach zur Seite. Die gehen einfach zur Seite. Hier können wir nicht angreifen. Die gehen einfach zur Seite. Was? Was ist dieses It's Cleave Time? Teamangriff mit vier Squad-Mitgliedern. Die gehen einfach zur Seite. Pass auf. Ich glaube, die cooldowns werden eh alle resettet, sobald ne neue Phase beginnt. So. Und du gehst hier rüber. So weit, so gut. Okay, das müssen wir jetzt einfach nur überleben. Was haben wir denn noch so an Bereichsangriffen? Okay. 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 Pass auf. Und. Und. Okay. 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 Was haben wir noch an Teamangriffen? Also an Bereichsangriffen. Nicht so viel, ne? Ja. Okay. Warte. Wenn dieses X-Cleave-Time wieder funktioniert, dann... Ne, tut's nicht. Wenn dieses X-Cleave-Time ist, dann... Wenn dieses X-Cleave-Time... Wenn dieses X-Cleave-Time ist, dann... 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 ...dass dann kann ich die leider jetzt nicht mehr... Mal überlegen, ob... Wenn ich Team abmache, dass... Ob der dann mitkommt... Weil der ist ja irgendwann noch gestunnt... So, lasst einfach mal einen blauen Ranger in Ruhe... Dann ist alles gut... Oh, wie sollen wir das denn hinkriegen? Ne... Den nimmt er dann nicht mit... Aber wenn ich... Das so mache... Oh, super... Oh, super... Also den gelben Ranger geht es soweit gut... Gut... Das hätte man auch mal benutzen können... Kann ich jetzt... Ja, ich kann's... Er kann's auf sich selbst anwenden... Ich kann's auf sich selbst anwenden... Ach, fuck. Bringt nix. Oh doch, hat viel gebracht. Hm, heilen können wir ihn noch nicht. Höchstens damit. Okay. 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 Oh, nice. So, du gehst da hin. Wenn du dein Teamwork machst, kriegt er HP. Okay. 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 Okay.